Hallo, willkommen zurück bei Atlantica Online. Heute möchte ich ein weiteres Tutorial-Video machen und heute soll es um die Legionssöldner gehen. Ja, Legionssöldner, was ist das? Es gibt mit den drei neuen Legionen 24 neue Söldner, die in drei Hauptlegionen unterteilt sind. Also jeweils eben acht. Die könnt ihr unter anderem hier über den Button Legion finden, da kriegt ihr über die Legionsinfo hier eine Übersicht. Und es gibt Söldner, die sind teilweise über Quest erhältlich und teilweise gibt sie auch aktuell nicht mehr, weil sie nur von Events gab, wie zum Beispiel die Kaiseren Tieren. Das steht hier auch dabei, immer Rekrutierung, nicht erhältlich, nicht erhältlich, nicht erhältlich, aber hier steht zum Beispiel dabei, kann durch eine Quest rekrutiert werden. Das stimmt allerdings nicht bei allen zu 100%, aber es ist zumindest ein Anhaltspunkt. Das wäre jetzt zum Beispiel hier die Diabolisten-Legion, das ist die erste, die zweite ist die Shaolin-Legion, die Schatten-Legion, das sind die drei dann quasi. Jede der drei Legionen hat einen legionsspezifischen Skill oder Zauber. Ich fange wieder von Anfang an, von der ersten Legion, die Diabolisten. Die hat den Skill-Siegel des Bösen, der bewirkt, dass mit einem normalen physischen Angriff das Ziel einen Dot drauf hat, das Siegel des Bösen, das die Angriffskraft und das Leben runterzieht. Und ihr seht hier, alle haben hier das Siegel des Bösen. Da könnt ihr auch die anderen Skills euch von den Söldnern durchlesen. Ich werde jetzt natürlich nicht alle durchgehen, sondern nur den legionsspezifischen Skill. Bei den Shaolin ist der legionsspezifische Skill hier das Dharma Mantra. Der bewirkt, dass wenn ihr oder wenn euer Söldner angegriffen wird, sich von diesen Söldnern die Verteidigung erhöht und der Söldner ein bisschen eine Heilung bekommt. Jede Runde. Auch hier seht ihr, alle von den Shaolin-Söldnern haben diesen Skill. Bei der Schattenlegion ist es der Skill trunkener Eisenhieb. Und da steht, dass ihr auf Angriff Handlungskraft abzieht und Gesundheit abzieht. Handlungskraftabzug ist allerdings nicht so sonderlich hoch. Die Gesundheit leider auch nicht. Und es steht im Skill auch dabei, dass Betäubung hervorgerufen wird. Muss ich allerdings sagen, habe ich eher seltener miterlebt. Aber von den Söldnern habe ich auch meistens nur die Shaoxian immer dabei oder öfter mal dabei. Ja, wie gesagt, hier gibt es 28 neue Söldner. Äh, 24 neue Söldner natürlich, wie ich vorhin erwähnt habe. Ähm, aber der große Unterschied sind nicht die große Menge der neuen Söldner, die es da durch die Legionen gibt. Sondern, ähm, ist der Unterschied, wie die Legionssöldner ihre Zauber erlernen. Nämlich nicht, wie alle anderen Söldner, durch irgendwelche Bücher, die ihr auch am Markt kaufen könnt. Ähm, die Legionssöldner erlernen ihre Skills ausschließlich durch die Aufwertung. Das heißt, wenn ihr die Legionssöldner aufwertet, erhalten sie gleichzeitig ihre Skills dazu. Ich tausche jetzt mal einen ein. Das hat natürlich den einen Vorteil, klar, ihr braucht keine Bücher. Aber den Nachteil seht ihr auch hier schon. Der erste Skill geht immer bis maximal auf Stufe 80, wenn ihr den voll aufwertet habt. Der zweite auf 60 und der dritte maximal auf Stufe 50, zumindest aktuell. Also ihr könnt nicht entscheiden, welchen Skill ihr da wie hoch skillen möchtet, sondern das ist vom System her vorgegeben. Ich habe hier jetzt für euch noch eine Tabelle, ähm, wo ihr die verschiedenen Aufwertungskosten seht. Ja, hier in dieser Tabelle seht ihr in der ersten Spalte den jeweiligen Grad vom Söldner. In der zweiten Spalte steht die Stufe, ähm, die der Söldner haben muss, um von diesem Grad aus aufzuwerten. Und in der dritten Spalte, wie es die Überschrift auch sagt, ähm, die Kosten jeweils für die, an Kristallen und Juwelen, um diesen Söldner zum nächsten Grad aufzuwerten. Ähm, ja, und ihr seht, das kann sehr, sehr teuer werden. Um einen Söldner komplett auf Held 6, also komplett bis zur 160er Aufwertung aufzuwerten, braucht man bei den Legionssölden immer 600 Kristalle und 1850 Juwele. Welche Arten von Juwelen und Kristallen, das hängt immer vom Söldner, beziehungsweise von der Art vom Söldner ab. Die D-Söldner, die brauchen Aschgraue, die C-Söldner brauchen Riesen-, Erlösungs-, Phönix- und Drachenseelen-Kristalle, beziehungsweise Juwele. Und die Grad A-Söldner, von denen es in jeder Legion immer jeweils einen gibt, ähm, kosten dann mehrfarbige Seelenkristalle und mehrfarbige Seelenjuwele. Und ihr seht, das kann richtig ins Geld gehen. Allerdings spart ihr euch, wie erwähnt, die Bücher für die jeweiligen Söldner. Und es hängt eben je nach Söldner, ähm, davon ab, ob das günstiger oder teurer ist, als ein jeweiliger, ich sag mal, normaler Söldner, den komplett aufzuwerten und zu skillen. Die sind auf jeden Fall von den Aufwertungen, die normalen Söldner sind von den Aufwertungen deutlich günstiger, von den Juwelen. Aber teilweise sind dafür für die Söldner eben die Bücher sehr, sehr teuer, beziehungsweise teilweise gar nicht mehr erhältlich, sodass ihr sie zum Teil eben mit Atlas-Erzen aufwerten müsst. Welche Söldner ihr ausprobieren wollt, müsst ihr euch natürlich eben gut entscheiden, ob ihr euch das auch leisten könnt. Aber bei den Legionssöldnern ist es dadurch, dass es eben nur Kristalle kostet, um sie aufzuwerten und zu skillen, ein bisschen besser planbar. Und die Kristalle, denke ich, kann man auch besser zusammenfarmen und zusammenbauen. Ja, und wenn ihr eure Legionssöldner erfolgreich aufgewertet habt, gibt es eigentlich nur noch eins, was davon speziell ist. Und zwar könnt ihr bei den Legionen jeweils eine Hauptlegion bestimmen, also nur eine von den dreien könnt ihr zur Hauptlegion machen. Die könnt ihr dann bis Maximalstufe 100 leveln, die Legion. Und das bewirkt, soweit ich das weiß, nur eins. Wenn ihr eine gewisse Anzahl von gleichen Legionssöldnern drin habt, also zum Beispiel drei Diabolisten, ich glaube die Grenze war drei. Dann besteht im Kampf die Möglichkeit, dass ein spezieller AOE ausgelöst wird, eine legionsspezifische. Die ist meiner Meinung nach aber nicht so stark, dass es sich dafür lohnt, drei Legionssöldner von der gleichen Legion einzutauschen. Und die Legionsstufe steigt, wenn einer von eurer Hauptlegion zugehörigen Söldner Erfahrung bekommt, Kampferfahrung. Also keine Questabgabe, sondern Kampferfahrung. Das heißt, wenn ich jetzt mehrere Diabolisten gerade am Leveln bin, aktiv im Team drin habe, dann würde ich meine Hauptlegion hier auf Diabolisten schalten, damit die Diabolisten-Hauptlegion sich erhöhen würde. Mal gucken, ob später in der Zukunft nochmal irgendwas mehr damit anzufangen ist. Aktuell ist dieser Söldner-AOE-Skill oder Legions-AOE-Skill das einzige. Ich zeige euch nochmal kurz die Quest-Gebiete, die befinden sich jeweils in Zentralasien. Der Mantel der Finsternis, das ist der von der Diabolisten-Legion das Gebiet. Der Shaolin-Vorhof hier nordöstlich von Chang'an ist das Gebiet der Shaolin natürlich. Und die Chang'an-Marktstraße ist das Gebiet der Schatten-Legion. Und neben Rekrutierungs-Quests, die ihr natürlich auch im Buch unter Rekrutierung findet, gibt es hier auch noch einmalige und wiederholbare Legions-Quests, die teilweise auch ganz gut Erfahrung geben. Auch dazu habe ich Videos, die habe ich schon mal gemacht. Auf jeden Fall bieten die Legions-Söldner eine weitere Möglichkeit, euer Team zu individualisieren, zu gestalten. Manche von den Legions-Söldnern sind für spezielle Dinge gut, andere sind auch so insgesamt recht ordentlich. Aber auch vor allem für neue Spieler bilden die rekrutierbaren Legions-Söldner eine gute Alternative, wie ihr euer Team zusammenstellen könnt. Also da könnt ihr natürlich mit experimentieren. Ihr könnt die allermeisten Legions-Söldner auch mal im AWA-Modus ausprobieren. Da gibt es auch die allermeisten. Ich hoffe, ich habe das meiste zu den Legions-Söldnern gesagt. Ich hoffe, ihr probiert es mal aus. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich sehe euch dann beim nächsten Mal. Ciao!